So der, ähm, sie haben das Recht zu schweigen, alles was klar ist, kann und wird von ihren Spielen nicht verwendet werden. Sie haben das Recht, einen Anwalt zu raten zu beziehen. Haben sie ihr Rechte verstanden? Zieh der Herr, weiterfahren. Rechts. Hier ist keine Fahrzeuge. Ja. Aber, gute Nacht. Ähm, das sind störtliche Fahrzeuge. Naja. Achso. Naja, ist jetzt eine Stunde, ist nie fertig. Naja, ich mach schon mal das Ding um.